Sie haben Ihre Steuererklärung bereits abgegeben und erwarten eine Steuererstattung. Und Sie warten und Sie warten und Sie warten. Es tut sich nichts. Das Finanzamt erteilt keinen Steuerbescheid. Was können Sie tun? Herzlich willkommen beim Bund der Steuerzahler Hessen. Mein Name ist Martin Frömel. Es geht heute um die Wartezeit bei der Steuererklärung. Wenn Sie Ihre Steuererklärung abgegeben haben und das Finanzamt bearbeitet diese nicht, gibt es eine Frist, die das Finanzamt beachten muss. Nein, die gibt es nicht. Sie müssen wissen, dass das Finanzamt gesetzlich nicht verpflichtet ist, innerhalb eines gewissen Zeitraums die Steuererklärung zu bearbeiten und den Steuerbescheid zu erteilen. Das gibt es nicht. Sie als Steuerzahler müssen Fristen wahren, aber das Finanzamt ist bei der Bearbeitung der Steuererklärung frei. Das heißt, da gibt es keine gesetzliche Frist. Was können Sie dennoch tun, wenn Sie zu lange auf Ihre Steuererstattung, auf Ihren Steuerbescheid warten? Die einfachste Lösung ist, Sie rufen beim Finanzamt an oder schreiben dem Finanzamt. Was ist los mit Ihrer Steuererklärung? Warum dauert die Bearbeitung so lange? Das ist die beste Möglichkeit und damit erreichen Sie sich auch sehr viel. Die Bearbeitungsdauer in Hessen betrug für das Jahr 2020 46 Tage. Das kann natürlich dann sein, dass bei Ihnen das länger dauert. Oder es kann auch viel kürzer dauern. Wenn es aber zu lange dauert, dann sollten Sie tätig werden und nachfragen. Und das am besten schriftlich oder telefonisch. Wenn aber auch das nicht fruchtet, dann gibt es formal die Möglichkeit eines sogenannten Untätigkeitseinspruchs. In den Fällen, in denen Sie eine Steuererklärung freiwillig abgeben. Das heißt, das sind die Fälle, wo in der Regel eine Steuererstattung zu erwarten sind. Wenn das Finanzamt dann nach langer, langer Zeit, auch trotz schriftlicher oder telefonischer Nachfrage, nichts gemacht hat und auch die Gründe Ihnen nicht bekannt sind, dann können Sie diesen Untätigkeitseinspruch einlegen. Das ist aber die Ultima Ratio. Am besten ist es, Sie erreichen bereits durch einen Anruf oder ein Schreiben, dass Ihre Steuererklärung nun endlich bearbeitet wird. Wenn Sie bisher Ihre Steuererklärung noch nicht gemacht haben, dann sind Ihnen unsere beiden Broschüren, Steuererklärung für Arbeitnehmer und für Senioren, sehr, sehr nützlich. Wenn Sie sie haben wollen, dann fordern Sie sie an und klicken Sie dazu auf den Link in unserer Videobeschreibung. Wenn Sie weitere Steuertipps haben wollen, dann werden Sie Abonnent unseres YouTube-Kanals. Dann sind Sie immer auf der sicheren Seite und über alles informiert, was im Steuerrecht so passiert. Und auch über die Grundsteuer, die ja derzeit sehr aktuell ist. Und da ist ja sehr viel Wissen gefragt, was Grundstückseigentümer dann machen müssen. Schön, dass Sie heute wieder bei uns waren. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.